Um das Video-on-Demand-Angebot von WatchEver auszuprobieren, bietet sich die 30-tägige Testphase an. Auf diese Weise können Sie WatchEver einen Monat gratis testen. Sollten Sie nach der Testphase kein Abonnement wünschen, denken Sie daran, rechtzeitig zu kündigen. Dies ist jederzeit in Ihren Kontoeinstellungen möglich. Preislich liegt WatchEver auf einem Niveau mit der Konkurrenz. Zum monatlichen Festpreis steht Ihnen die gesamte Auswahl an Filmen und Serien als Flatrate zur Verfügung. Die Möglichkeit, einzelne Titel im Store zu kaufen oder zu leihen, gibt es dagegen nicht. Die Vielfalt des Angebots ist als durchschnittlich einzustufen. Aus lizenzrechtlichen Gründen gibt es mehr Klassiker als aktuelle Blockbuster im Programm. Im Serienbereich bietet WatchEver eine vergleichsweise breite Auswahl. Beliebte Serien wie unter anderem Breaking Bad oder Once Upon a Time stehen mit mehreren Staffeln zur Auswahl. Einige Titel bei WatchEver können auch als Originalversion gestreamt werden. Als Flatrate richtet sich WatchEver insbesondere an Serienfans, da außer dem monatlichen Festpreis keine weiteren Kosten entstehen. Neben Inhalten in SD sind die meisten Titel auch in HD-Qualität abrufbar. Je nach verfügbarer Bandbreite passt WatchEver die Qualität für einen reibungslosen Stream automatisch an. Als ausreichend schnelle Internetverbindung gibt WatchEver folgendes an. SD-Inhalte benötigen mindestens eine 3000er DSL-Leitung. Für Filme und Serien in HD sollte es mindestens eine 6000er Verbindung sein. Den Video-on-Demand-Service von WatchEver können Sie nicht nur im Browser auf dem Laptop, PC oder Mac nutzen. Durch Apps für Android-Smartphones, das iPhone, Tablets, Smart-TVs oder auch Spielekonsolen ist das Wunschprogramm fast überall und jederzeit verfügbar. Zusätzlich bietet WatchEver einen Offline-Modus an. Auf diese Weise können Sie Filme und Serien im Vorab auf Ihr Mobilgerät speichern. Zur Wiedergabe wird anschließend keine Internetverbindung benötigt. Mit einem ausgeglichenen Angebot sichert sich WatchEver einen der Spitzenplätze im Test von Vitalio. Nachdem Sie Filme. Untertitelung des ZDF, 2020